Es gibt ja noch so ein Bonbon der Unterhaltungskunst, Frau Göring-Eckardt. Also, nee, Göring-Eckardt, so viel Zeit muss sein, ja. Man ist ja schon froh, dass sie den zweiten Nachnamen noch hat. Also, Leute, die hat rausgeknallt. Ich glaube, es war bei Menschen bei Maischberger. Auch ein schöner Sendetitel, hä? Menschen bei Maischberger. Irgendwann sitzen dort Tiere wahrscheinlich, ja. Dort hat sie gesagt, wir sollten froh sein über all die Menschen, die jetzt zu uns kommen. Wir bekommen diese Menschen quasi geschenkt. Möchten Sie, Frau Göring-Eckardt? Geschenkt. Noch schöner!